Hallo, guck mal, ich bin im Wald. Hallo Freunde und Freundelinenes. Guck, ich bin wieder im Wald. Und das ist ein wunderschöner Tag. Ja, es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Und guck mal, die Bäume färben sich. Ja, wir haben Herbstschluss. Und dann färben sich zuerst die Blätter und dann fallen sie ab. Und dann rasselt das so schön, wenn man da drinnen rumlaufen tut. Ja. Ja, das macht mir so richtig Spaß. Der Herbst ist eine ganz tolle Jahreszeit. Obwohl, der Winter auch, wenn der Schneid, dann ist das auch eine ganz tolle Jahreszeit. Ja, der Frühling auch. Ja, wenn dann der Winter rum ist und der Frühling kommt und es wird wieder alles grün, auch eine ganz tolle Zeit. Ja. Was mache ich mit dem Sommer? Na ja, wenn es nicht zu heiß ist und so, dann ist das auch eine ganz tolle Zeit. Also alles zu allem dann, es ist ein ganz tolles Jahr. Ja, also ich finde das toll mit unserer Jahreszeit. Ja, das ist ganz super. Ab und zu Renn und ab und zu Schnee und ab und zu fallende Blätter vom Himmel. Möööö. Macht ihr alles. Und das macht mir alles wahnsinnig viel Spaß. Ja. Wenn ich so dort durch die Gegend, durch die Natur wandere, ist richtig toll. Macht ihr das auch? Ja. Müsst ihr einmal durch die Natur wandern? Ja. Macht das. Und ich wünsche euch dann auch dafür einen ganz tollen Tag. So einen schönen Tag, wie ich da jetzt gehabt habe. Na? Ja. Bis dann. Tschüss. Euer Berlin. Bis zum nächsten Mal.